Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Might and Magic, Ära of Chaos. Ich bin heute richtig gut gelaunt, denn ich habe wieder gewonnen. Hurra! Ich habe jetzt die Lautsprecher gewonnen. Kann man die noch sehen? Ne, schade, schon eingelöst. Die Lautsprecher habe ich gewonnen und wenn ich sie das nächste Mal wieder gewinnen werde, werde ich sie wieder verlosen, so wie das Headset auch. Aber erstmal will ich mir die Lautsprecher nehmen, testen, schauen wie sie sind. Selberwechsel, oder? Ah, ne, ist der hier. Ja, da will ich mich schon freuen. Okay, jetzt sind wir hier beim Spiel, Ära of Chaos. Ich muss mal Vollbild rein. Einfordern, erster Tag. Na ja, ich habe schon zweimal gespielt. Ich glaube, ich habe nie eingefordert. Ich bin schon Level 8 war das oder Level 6 bin ich. Wasserzeug bin ich. Wasser spätigere milks. Und jetzt? Und jetzt? Dann schauen wir uns erstmal die ganzen Punkte hier an. Hallo. Wofür brauche ich die? Das war doch die Energie. Naja. Und anmelden. Das war das letzte Belohnung. Irgendwas ist hier. Hier ist die Mission nochmal. Da. Leg dich die Mission. Da wollen wir hin. Sind wir drinnen? Es hat Stufe 12. Okay, okay. Dann werden wir mal schauen, dass wir schnell die Stufe 12 erreichen. Ich habe hier jetzt noch. Ah. Ich kann nur 4 nehmen. Es sind 3 Reiter da. Und ein Bogenschütze. Und der ist ein bisschen stärker damit den Helden. Über meinen Kampf rein. Über meinen Kampf rein. Ja. 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 Das war so. Mauer. Da wird gekämpft. Die Küche. Da ist das. Du packe ich dann. Ach da. Ja. Das war so. Kampf. Angriff. Mann. 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 Ah, wie er ist denn bei mir dauernd? Ach, trotzdem 3 Sterne. Ah, wegen der Geschwindigkeit. Ich gehe mal kurz zurück in meiner Stadt. Ich muss nämlich meine Einheiten aufwerten, die habe ich zwar noch nicht benutzt. Ich hätte dich lieber aufgewertet. Das war ein Mist. Reiche Stufe 10. Ich denke mal, das werden wir noch schaffen. Wir werden mal Tee kämpfen lassen. Irgendwie Magie raus. Hm. Das war's. Das war's. Das war's. Zack, zack, zack. Und alle fertig. Da sind die Ritter. Die müssen wir einmal durchbrechen. Hm, wenn ich das so mache, geht das auch. Was machen die dann? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. ein Krieger Ok und das ist wieder meine altbekannte Formation Angriff Ja, auch wieder 3 Sterne Da, jetzt nehmen wir mal den Krieger her Kämpfen Die sind in der Mitte Na, das ist doch mal super Und das wird hier der letzte Kampf sein gleich Dann ist das Kapitel auch fertig Ach Mensch Ach Mensch Das wird die Waffe doch aufrast Das wird die Waffe doch aufrast Okay Okay Haben wir mal Gut, gut, gut Missionen Gehen wir mal wieder in der Welt rein Hier haben wir noch 2 Kämpfe zu machen Jaaa Nein, gut Blöken Ich bin schon mal ein paar Es geht Waffe 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 Fertig! Jawoll! Unter 60 Sekunden muss ich bleiben. Ach, danke schön. Meine Privileg ist, ein Ritter zu sein. Jetzt noch. Ich kann 5 jetzt nehmen. Das ist doch richtig nice. Aufstufen. Okay, haben wir aufgelevelt. Jetzt kommen wir zum letzten Kampf mit diesem Kapitel. Und wir werden bestimmt... Da ist noch die Kiste. Können wir auch noch aufheben. Die vergessen. Okay, wir sind alle unten rechts. Dann würde ich das so machen. So sieht es doch schön aus. Okay, dann, let's go. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Kiste einsammelt. Das ist auch doof. Da muss man immer wieder zurückgehen. Ach. Die Kiste einsammelt. Haben wir gemacht. Haben wir gemacht. Kapitel 3. Fangen wir erstmal mit dem ersten Kampf an. Fangen wir erstmal mit dem ersten Kampf an. Mal gucken wir mal an. So, wir sind auch mit dem Kampf an. Dann fangen wir mal an. Und wir sind nochmal. Das war. Ja, 18 Sekunden hatte ich noch Zeit, also wir sind schon mit einem Fuß in das gegnerische Land eingedrungen. Noch 5? Noch 5 Punkte, dann kann ich die Truhe öffnen. Was ist dahinter? Oder was ist da drinnen? Besser gesagt. Geht bis 19 Sekunden. Schrauben wir mal. In der Hell. Gehen zum nächsten Kampf über. Ich schau mal kurz auf die Uhr. Ich habe hier noch einen Monitor. Ok, 4 Minuten noch. Der ist open. Das wird ganz schwer. Das wird ganz schwer. Ei, ei, ei. Ich muss das schaffen. Bis zum nächsten Mal. Tja. David. Wow. Unit upgrade materials can be obtained from the underground city. It's the entrance to an under- Ready for combat. Okay. So. Reiter und Magier gegen Reiter. Kämpfer und zwei Armbrust gegen zwei Armbruster. Oder machen wir so. So sieht schön aus. Ein bisschen aufgeteilt. So. 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 Jetzt müssen wir alles nach oben setzen. So. Jetzt. Jetzt gibt's ein Massaker. Und. So. Und. So. 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 Uh oh, uh oh... Gut, dann haben wir jetzt die 4 Minuten gespielt, dann werde ich in der Stadt gehen, schauen was es hier noch gibt, oh, die Kiste, okay, das war's, bestätigen, bestätigen, na gut, dann nicht. Und hier noch einmal alle aufwerten. Ah, schade, ich dachte der hätte sich auf blau aufwerten können. Leider nicht. Schauen wir mal Gratis an. Gratis kaufen wir gerne. Okay. Shit. I know it. Oh, wer ist dahinter? Den Scharfschützen, den haben wir schon. Wer ist dahinter? Nur Puzzleteile. Leider. Ein Vorname. Da nochmal. Okay. Die. Die können wir nutzen. Den auch. Und den auch. Und den auch. Da brauche ich 80. 30. 30. 30. 10. 10. Da bin ich ja knapp dran. 10. Die habe ich schon. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Gut. Sonst gibt es hier nichts. Nichts besonderes. Gehen wir wieder auf die Einheiten. Wetten die noch einmal auf. Yippie. Ja, voll. Nice. Und die werden jetzt auch blauen. Und die werden jetzt auch blauen. Schön. Und was ist das bei denen? Nichts. Nichts. Okay. Gut. Dann haben wir ja alles. Jetzt haben wir schon mal zwei blaue. Ja, okay. Die sind immer noch grün. Ah, das waren die letzten. Ne, die waren die letzten, die grün geworden sind. Und sind jetzt schon wieder blau. Nice. So Leute. Das war's denn für heute. Ich werde mir jetzt mein Ticket abholen. Bestätigen. Ticket, Ticket, Ticket. Und schöne Steine. Jo, das war's für heute. Dankeschön für's Zuschauen. Ich werde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder bei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.